Glück auf und hallo zu Combat Mission Black Sea in der Mission Honor. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gemetzel. Ich würde sagen, wir springen auch gleich rein ins Match und sehen, was alles heute noch schief gehen kann. Und da sind wir auch schon. Ich habe absichtlich die Wiedergabe vom letzten Mal weiterlaufen lassen. Ihr seht das, wir haben einige Probleme hier. Hier rechts können wir ihn natürlich gut bedrängen. Hier im Zentrum haben wir das Problem, der Kollege sieht dieses Fahrzeug einfach nicht. Egal wo wir ihn hinfahren, ob wir ihn hier hochfahren, ob wir ihn hier vorfahren, er sieht dieses Ding, was da wirklich auf freier Flur steht, er sieht ihn nicht. Ähm, wir befinden uns ja jetzt quasi hier vorne, wenn ich auf Optikhöhe bin, die sitzt ja ungefähr hier. Da ist es, er sieht ihn nicht, er hat keinen blassen Schimmer. Meine Befürchtung ist, dass ich ihn jetzt hier vorbringe, dass er ihn, dass er ihn zuerst sieht und Fusselpulli lässt ja auch schon hierher schießen, dass der ihn dann vernichtet. Ähm, mein ADGM-Trupp hat auch keine Ahnung, dass er da ist. Auch die sehen das Fahrzeug nicht. Ähm, weiß ich bald nicht mehr, was ich dazu sagen soll, aber so ist es nun mal. Hier drüben haben wir den Feind am Vorgehen, haben ihm da so ein oder zwei so leicht mal erwischt. Wir sehen hier, das dürfte die Besatzung sein. Ja, äh, wir haben ihn da ein oder zwei Mann weggeknackt, aber so wirklich effektiv waren wir da auch nicht. Ja. Also diese BTRs sind halt, äh, für uns die Katastrophe. Wir sehen auch hier einen Mann verloren, ähm, durch Airburst-Munition, die er hier die Straße runterschießt und das ist genau das Problem. Während wir mit unserem Kaliber 50 ihn direkt sehen und beschießen müssen, hämmert er halt alles mit Airburst voll. Und wenn ich dann noch dran denke, dass er ja zusätzlich noch, äh, Kampfpanzer hat, dann wird mir im Echte sein ein wenig schlecht. Hier im Wald geht er vor. Unser Panzervernichtungstrupp, der eigentlich dafür da war, hier das Fahrzeug, das im Rückraum ist, zu bekämpfen, ähm, hat dummerweise auf die Infanterie das Feuer eröffnet, hat nicht großartig getroffen, und die feindliche Infanterie, ich mach mal hier nur die Bäumchenstümpfe, ist munter am Weiter-Vorgehen. Ja. Wir sehen das, die jagen hier weiter durch den Bereich, und auch die, äh, können nicht richtig auf die schießen. Das sind natürlich alles so Probleme, wo wir einfach sagen, ja, Schiet. Hier drüben konnten wir uns lösen, das ist soweit nicht das Problem, und auch hier sind wir weiter über den Fluss. Ähm, hier ist natürlich ein großes offenes Feld, hier jetzt irgendwie lang zu jagen wird der nächste Graus, und da bin ich tatsächlich echt am Überlegen, wie ich hier weitermachen soll. Wenn ich dann überlege, dass er jetzt schon mit einer Kompanie unterstützt von Kampfpanzern auf der Karte ist und noch Verstärkung kriegen soll, da weiß ich gar nicht. Also alleine wenn ich dann überlege, ich soll hier noch Orts- und Häuserkampf durchführen, dann ist das tatsächlich aktuell ein Punkt, wo ich sage, okay, spannend. Ja, die sagen, sie können doch nicht auf sich schießen. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal Hight, bis zu dem Moment, wo ihr das könnt. Ähm, ja. Keine Ahnung, die machen da Artillerie, immerhin das klappt halbwegs. Die könnten die auch sehen, aber die werden wir jetzt einmal vorsichtig hier rüber verschieben, in der Hoffnung, dass sie dann den KP, äh, äh, den, das Fahrzeug dort sehen. Hier haben wir keine Sicht, ähm, deswegen... Eilig, beziehungsweise schnell hier und dann Sicht gewinnen. Und ich hoffe, dass der Rauch sich so langsam verzieht, in der Hoffnung, dass sie dann hier auch mal rüber schießen können. Ja, eventuell was sehen. Äh, ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, hier wurde der Rauch abgeworfen und hier die Reste des Squats, die drei Mann, die fallen hier zurück. Ja, hier haben wir einen leicht Verletzten, den Commander. Das ist natürlich für die Moral auch alles andere als geil. Und auch die haben keine Ahnung, dass dort... ...der Feind wartet. Nichtsdestotrotz, äh, einen großen Fehler hab ich gemacht, und zwar hier mit, äh, der Artillerie. Ich hatte gehofft, dass ich hier den Feuerbefehl ändere, dass der bereits Angefangene, äh, ausgeführt wird und dann quasi angepasst wird. Das scheint nicht der Fall zu sein, sondern hier wird jetzt, äh, erst, äh, angepasst. Das ist natürlich schlecht für uns, gut für uns ist, ich hab gesehen, ich hab eine neue, zusätzliche Drohne bekommen. Ähm, mit der möchte ich jetzt, äh, hier drüben so ein bisschen aufklären. Ich hoffe, dass er mir die nicht gleich wegschießt. Und, äh, wir werden deswegen auch noch mal ins Briefing gucken, weil ich war mir nicht ganz klar, dass ich noch eine Drohne bekomme. Sie steht hier auch nicht drauf. Ah. Aber die brauchen wir tatsächlich auch. Ein anderer Vorteil ist immerhin, wir sehen hier, unsere Mörser sind in Position. Und unsere, euer Fire Support Team, drei Minuten, vier Minuten, drei Minuten. Und wir werden jetzt hier einfach mal... ...das Ganze benageln mit Medium. Wegen den Bäumen gehe ich hier tatsächlich auf General. Weil meine Erfahrung ist es da dann ein bisschen besser funktioniert. Hier sollten wir noch einen Haltbefehl dazu setzen, äh, ne, 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 ein Target Arc. Damit sollten die da Heiden, ähm, letztendlich wenigstens im Nark-Bereich zurückfeuern würden. Und ansonsten, ich würde gern meine, äh, meinen Schwerpunkt verlagern. Das ist tatsächlich, worüber ich gerade nachdecke. Das Problem ist, hier wird er bestimmt mit seinen KPZs irgendwie über die lange Achse gucken oder hier lang. Und wird das damit einfach abdecken. Und ich glaube nicht, dass ich da relativ zügig, äh, in Objective Bravo einfließen könnte. Und dass es tatsächlich meine Hoffnung war, hier im Norden durchzugehen, durch den Wald, den Vorteil zu nutzen. Dass meine Fahrzeuge halt auch nicht kampfstark sind. Aber da ist er uns halt direkt entgegengekommen. Hier wird er auch überall mit den Dingern hocken. Und das Einzige, wie ich hoffe, dass ihr da ne Schnitte machen, ist, wenn wir hier so langsam vorsichtig hochspähen. Hier über die Anhöhe gucken mit unserem, äh, ATGM-Trupp und ihm da ein oder zwei, äh, Fahrzeuge wegknacken. Aber selbst das sehe ich bei meinem aktuellen Pech einfach nicht als gegeben. Da bin ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier rüber eilen. Ja, die müssen sich dann da drüben erst mal erholen. Und dann sehen wir, wie wir da weitermachen. Also tatsächlich aktuell für uns, beziehungsweise für mich, sehr verzwickt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, hier echt zusätzliche Unterstützung ranzubringen. Schnellstmöglich. Ja, wir sehen da, vermutlich sitzt da das nächste Fahrzeug. Kann hier dann reinwirken. Und wird vermutlich die, die Gruppe hier ganz zerlegen. Ja, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Da sehe ich tatsächlich aktuell ein echtes Problem. Und noch kaum Chancen da, hier auf der Seite groß was zu reißen, tatsächlich. Und das ist auch was mir aktuell so ein bisschen, äh, weiß nicht, mich ein bisschen frustriert, weil ich mir sehr sehr doof vorkomme, aber er hat das hier geschickt gemacht uns hier abzubremsen. Ähm, ich gehe jetzt hier, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich ihn rauchschmeißen lasse, aber ich lasse ihn jetzt hier vorgehen. Ähm, würden wir noch eine Javelin verlieren, aber wenn der Zug tot ist, hilft uns die Javelin auch nicht. Ähm. Den Kontakt haben wir zum Glück ausgeklammert. Ja, wenn die da nicht stehen würden. Würde ich ja auch beinahe sagen, alles klar, wir gehen mit ihm hier schön hier vorne vor. Könnte man eigentlich machen, ne? Na, hier würde er ihn nicht sehen. Wenn überhaupt müssten wir hier. Und das wäre natürlich verdammt nah dran. Ja, das hat kein Sinn. Ah, da kann er halt auch echt nirgends hinwirken. So gar nicht. Hier angeblich auch, einfach so überhaupt nicht, gar nicht. Und das ist jetzt halt wieder das Problem auch in den Action Spots. Ich weiß, über die Mosache ein wenig häufiger. Aber das ist tatsächlich das Ding. Wenn er halt die Action Spots nicht sehen kann, kann er da nicht drauf schießen. Und das merkt man halt. Gut. Ich werde so erstmal in mein Verderben rennen. Ich hoffe tatsächlich, dass die hier da so ein bisschen supporten können. Ähm. Ist ja Rauch. Hier verschwindet die dann supporten können. Die da rüberziehen. Und vielleicht können die noch was machen. Aber dann würde ich den Zug wohl, wenn der dritte Zug ankommt oder das Third Platoon, würde ich das wohl schön locker flockig austauschen können. Denn ich denke, dann ist der First, das First Platoon so runtergerockt, dass da sowieso kein Krieg mehr mit zu gewinnen ist. Na ja, versuchen wir das mal. Die sind ja supported. Vielleicht muss ich meine Striker noch aggressiver einsetzen, aber... Da sehe ich auch wenig Chancen. Ich könnte jetzt den hier vorbringen. Nö, das Ding da bremst mich schon gut aus. Aber ich denke mal, den Zug schicke ich jetzt ab. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Außer, dass wir jetzt schon wissen, nichts gut ist. Also er macht das auch an dieser Stelle. Er macht das ja geschickt. Er ist hier über den Fluss gekommen. Er hat sich hier aufgebaut. Er blockt mich ab. Er kriegt ja noch Verstärkung. Also eventuell ist das wirklich ein Szenario, wo man sagt, okay, dann musst du am Anfang wirklich mit der Artillerie draufhämmern. Da muss man dieses Multiplair-Ding, wo man sagt, ja, eigentlich macht man es nicht so gerne. Muss man sich das schenken. Muss wirklich draufknattern. Ja, muss wirklich seine gesamte Artillerie hier drüben in dem Bereich drauf, drauf, drauf. Und dann die Reste bekämpfen, die dann noch kommen. Aber so ist es tatsächlich. Er fängt uns hier auf. Das macht er gut. Er lässt uns gar nicht erst über den Fluss. Und dadurch, dass wir quasi nur drei Stellen zum Übersetzen haben und das hier in der Mitte ist ja Selbstmord, ist es halt. Er hat gut erkannt, dass sie im Norden wäre einer der Hauptangriffspunkte. Ist uns gleich entgegen. Fängt uns auf und blockiert uns komplett. Und hier kommt einfach sein besseres Equipment, zumindest das die Fahrzeuge angeht. Hätten wir Bradleys, würde das Ganze hier schon anders aussehen. Hätten wir ein, zwei Kampfpanzer, würde der Witz anders aussehen. So schießt er halt mit Kanonen auf Spatzen und unser Anfangserfolg mit dem BTR verpufft. Und das sieht man hier ganz gut. Unsere Verluste halten sich noch in Grenzen. Das wird aber mit jedem Mann, den wir weiter verlieren, einfach kippen. Und vor allen Dingen, ihr dürft einfach nicht vergessen, wir haben diese drei Dinge, auf die wir noch angehen müssen. Ja, der hier gibt die meisten Punkte, keine Frage. Und ich denke, der reicht für einen Unentschieden. Aber das ist halt der Punkt. Und wir müssen hier trotzdem noch irgendwo rüber. Und da lässt er uns ja schon gar nicht hin. Logischerweise. Gut, ich schicke das ab und wir schauen mal, was zurückkommt. Gut, ich schicke das ab und wir schauen mal, was zurückkommt. Gut, ich schicke das ab und wir schauen mal. Gut, ich schicke das ab und wir schauen mal, was zurückkommt. Gut, ich schicke das ab und wir schauen mal. Das war's. 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 Das war's.